Moin Leute, hier ist Tim und ich habe für euch eines der günstigsten Custom-Modelle der Radeon RX 7900 XTX getestet, welches es derzeit auf dem Markt gibt und das ist die PowerColor Hellhound. Das ist quasi der Nachfolger der Red Dragon, die man aus der Vorgängergeneration kennt. Jetzt wurde der Name etwas geändert und auch am Design hat sich ein bisschen was geändert. Und ob die Grafikkarte was taugt in der Praxis, ob auch dieses günstige Custom-Modell bereits eine vernünftige Kühlung bietet für die RX 7900 XTX, das wollen wir uns jetzt heute alles einmal gemeinsam anschauen. Du findest wie immer nochmal einen Link zur getesteten Grafikkarte in der Videobeschreibung, da kannst du nochmal nachschauen, welches Modell das genau ist und was die Grafikkarte derzeit im Preisvergleich auch überhaupt so kostet. Vorher gibt es noch ein kurzes Wort vom Sponsor des heutigen Videos, nämlich Readly. Damit bleibe ich nämlich up to date, was in der Gaming-Branche, aber auch auf der Welt gerade so los ist. Über Readly hast du Zugriff auf mehr als 7000 Magazine und Zeitungen und nicht nur auf die aktuellen Ausgaben, sondern auch auf bereits vergangene. Hier findest du alles, was du brauchst, um dich auf dem aktuellsten Stand zu halten, was Gaming und Hardware angeht. Von GameStar bis PC Games Hardware ist alles mit dabei. Und auch Zeitungen sind en masse vertreten, sodass man auch über das normale Weltgeschehen stets sehr gut informiert ist. Bevor man also verschiedene Zeitschriften oder Zeitungen einzeln abonniert, würde ich mich lieber bei Readly registrieren und habe so dann alles im Abo auf einer Plattform gemeinsam vertreten. Zum Ausprobieren kostet der erste Monat nur 99 Cent, also Ausprobieren kostet quasi so gut wie nichts. Und danach zahlt man dann 11,99 Euro im Monat für den vollen Zugriff auf über 7000 Magazine und Zeitungen und egal über welche Plattform man auch liest. Ob direkt am PC, über das Smartphone oder auf dem Tablet, Android oder iOS, das macht keinen Unterschied. Mit Readly hat man stets alle Zeitungen und Magazine dabei und kann sich dann auch unterwegs bestens informieren. Also, wenn du immer informiert bleiben willst, dann schau natürlich neben meinen Videos auch mal bei Readly rein. Alle weiteren Infos zu Readly findest du über den Link in der Videobeschreibung. Auf den ersten Blick kommt die Grafikkarte von PowerColor eher wenig spektakulär daher, muss ich sagen. Die halbtransparenten Lüfter lassen natürlich schon erahnen, dass wir hier eine LED-Beleuchtung haben, aber insgesamt wirkt die Grafikkarte auf den ersten Blick relativ unspektakulär. Die Grafikkarte hat aber trotzdem eigentlich alles an Bord, was so ein leistungsstarkes Modell von einer RX 7900 XTX haben sollte. Also, wir haben beispielsweise eine Backplate mit verbaut, die aus meiner Sicht eigentlich auch ganz schick aussieht und die sogar eine Beleuchtung integriert hat. Also, hier das Hellhound-Logo ist tatsächlich mit beleuchtet. Eine Beleuchtung auf der Rückseite, also auf der Backplate von einer Grafikkarte, das sieht man tatsächlich nicht so häufig. Und das haben wir tatsächlich hier auch bei so einem Einstiegsmodell von PowerColor mit dabei. Die Grafikkarte ist ansonsten natürlich auch wieder relativ groß. Es handelt sich um ein komplettes Drei-Slot-Modell. Ihr solltet also dementsprechend Platz in eurem Gehäuse haben, wenn ihr die Grafikkarte verwenden bzw. einbauen möchtet. Und mit 320 mm Länge ist die Grafikkarte jetzt auch nicht die kürzeste. Also, da sollte definitiv ordentlich Platz in eurem Gehäuse vorhanden sein. Es gibt noch längere Grafikkarten auf dem Markt, aber insgesamt vom Volumen ist diese Grafikkarte auch schon relativ groß. Die Lüfter, die verbaut sind, sind zwei 100 mm und 91 mm Axiallüfter. Diese Lüftergröße in Kombination mit dem relativ dicken Kühlkörper oder den zwei relativ dicken Kühlkörper in dem Drei-Slot-Design sollten eigentlich schon dafür sorgen, dass wir eine ausreichende Kühlung bei dieser Grafikkarte haben. Da werden wir später nochmal einen genaueren Blick drauf werfen. Was bietet die Grafikkarte ansonsten noch für Features? Wir haben zwei Schalter an der Grafikkarte. Einmal, um die LED-Beleuchtung ein- und auszuschalten. Die PowerColor Hellhound hat nämlich keine RGB-Beleuchtung, sondern wir können uns nur entscheiden, soll die Beleuchtung aus sein oder soll sie an sein. Ist die Beleuchtung an, leuchten die Lüfter und das Logo auf der Rückseite in einer hellblauen Farbe. Ob einem das jetzt optisch so zusagt, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Wir haben hier aber keine RGB-Beleuchtung, die wir steuern könnten. Dann hat die Grafikkarte noch einen Bioswitch für zwei unterschiedliche Profile, für einen Performance- und einen Silent-Profil. Ich habe die Grafikkarte wie immer in dem Performance-Setting getestet. Im Performance-Setting wird dann eine leichte Übertaktung angewendet von bis zu 2525 MHz. Das ist aber im Vergleich zu anderen Custom-Modellen noch eher wenig. Als Anschlüsse für Monitore stehen einmal HDMI 2.1 und dreimal Displayport 2.1 zur Verfügung. Und die Stromversorgung für die Grafikkarte, das ist ganz interessant, läuft nur über zwei PCI-Express-8-Pin-Stromkabel. Das ist eher bei weniger RX 7900 XTX Custom-Modellen der Fall. Die meisten nutzen drei Anschlüsse. Hier haben wir nur zwei. Das erhöht natürlich die Kompatibilität mit Netzteilen, macht es auch leichter, wenn man beispielsweise gesleefte Kabel in seinem Bild irgendwie verwenden möchte. Allerdings sind wir dann natürlich ein bisschen eingeschränkter, was das Power-Limit angeht. Und standardmäßig ist die Grafikkarte ja auch nicht stark übertaktet, sodass deshalb bei Power-Color vermutlich die Wahl auf zwei PCI-Express-8-Pin-Anschlüsse fiel. Das soll es erstmal gewesen sein zu den technischen Daten, zu den Features dieser Grafikkarte von Power-Color. Wir wollen uns jetzt mal anschauen, wie sich die Grafikkarte bei mir in den Benchmarks schlägt, denn es ist die erste RX 7900 XTX, die ich bei mir hier im Test habe. Und dann wollen wir natürlich auch nochmal einen Blick drauf werfen, wie der Kühler so ist, ob sich die Grafikkarte, auch was die Geräuschemissionen und Temperaturen angeht, lohnt. Und ob es sich lohnt, die Grafikkarte in dieser Hinsicht zu kaufen. Und am Ende kommen wir auch nochmal zu einem allgemeinen Fazit, wie es denn aktuell um das Preis-Leistungsverhältnis einer RX 7900 XTX so steht. Schaut man sich die einzelnen Spiele-Benchmarks an, dann wird deutlich, dass es natürlich relativ stark davon abhängig ist, welches Spiel wir spielen. Ob wir mit der RX 7900 XTX eine relativ starke Performance haben, die eine RTX 4080 deutlich in den Schatten stellt oder ob die Grafikkarten ungefähr gleich aufliegen. Diese zwei Bereiche haben wir. Schlechter als eine RTX 4080 ist die RX 7900 XTX eigentlich nie, solange wir jedenfalls Raytracing außen vor lassen. Und in manchen Spielen kann sie sich dann tatsächlich einen deutlichen Vorsprung vor der Grafikkarte von Nvidia erarbeiten. Im Performance-Rating führt das dann dazu, dass der Vorsprung vor der RTX 4080 ungefähr 10% beträgt in 1440p. Und in Full-HD ist der Vorsprung natürlich dementsprechend geringer, weil wir hier teilweise das Potenzial der Grafikkarten nicht voll ausschöpfen können, da die Spiele-Engines tatsächlich nicht mehr FPS hergeben. Und der Rückstand zur RTX 4090 von Nvidia, der ist dann doch nochmal relativ deutlich. Also die RX 7900 XTX reiht sich nicht so mittig zwischen 4080 und 4090 ein, sondern ist von der Performance doch ein ganzes Stück näher an der 4080 dran. Mit der RTX 4090 bekommt man in 4K nochmal ungefähr 20% mehr Performance. Also das ist doch nochmal ein ordentlicher Schritt nach vorne in 1440p und Full-HD ist der Unterschied logischerweise geringer. Mittelt man das Performance-Rating nochmal über alle Auflösungen, dann rücken alle Grafikkarten nochmal etwas näher zusammen. Logisch, dadurch, dass die Full-HD-Werte eh näher beieinander lagen und man jetzt alles nochmal mittelt, werden die Unterschiede nochmal etwas geringer. Da beträgt der Vorsprung zur 4080 dann nur noch ungefähr 5% und der Rückstand zur 4090 in etwa 10%. Aber ich würde sagen, für so leistungsstarke High-End-Grafikkarten ist tatsächlich dieses gesamte Performance-Rating eher weniger interessant, sondern wir sollten uns tatsächlich eher auf die 4K-Performance fokussieren, welche tatsächlich am besten abbildet, wie leistungsstark die Grafikkarten tatsächlich sind. Und da beträgt, wie gesagt, der Vorsprung zur 4080 nochmal etwa 10% und der Vorsprung vor der RX 7900 XT, der beträgt dann knapp 15%. Also die eigene Grafikkarte, die eigene, nächstschwächere Grafikkarte von AMD ist nochmal etwa 15% langsamer. Allerdings ist das jetzt nicht so der Riesenunterschied, sodass man sich wirklich gut überlegen sollte, ob man diese Mehr-Performance wirklich braucht, ob es sich lohnt, da mehr Geld für die RX 7900 XTX auszugeben. Aber dazu kommen wir später nochmal beim Preis-Leistungs-Ranking. Jetzt als nächstes schauen wir uns die Ray-Tracing-Performance an. Da sieht es ja für AMD klassischerweise leider eher nicht so gut aus. Das ist auch hier bei der RX 7900 XTX der Fall. Hier fällt die Grafikkarte in manchen Spielen sogar auf das Niveau einer RTX 4070 Ti zurück. Insgesamt im Performance-Rating performt die RX 7900 XTX dann aber doch ein ganzes Stück besser als die 4070 Ti bei aktiviertem Ray-Tracing. Außer in Full-HD, da liegen die Grafikkarten etwa gleich auf. In 1440p ist der Unterschied auch noch relativ gering, aber in 4K ist der Unterschied tatsächlich relativ groß. Da beträgt der Unterschied zwischen der 4070 Ti und RX 7900 XTX schon knapp 20 Prozent. Und da kommt die Grafikkarte auch relativ nah noch an die RTX 4080 heran, muss aber seinen zweiten Platz hier im Performance-Rating tatsächlich aufgeben. So gut ist die Ray-Tracing-Performance da bei AMD leider noch nicht. Ich habe dann auch noch mal alle Auflösungen gemittelt, möchte dazu aber gar nicht so viel sagen, denn wie gesagt, aus meiner Sicht ist die 4K oder bei aktiviertem Ray-Tracing dann vielleicht auch noch die 1440p-Performance tatsächlich wichtiger und aussagekräftiger und das Mitteln der verschiedenen Auflösungen macht bei den High-End-Grafikkarten einfach nicht so viel Sinn, weil Full-HD meistens die Statistik relativ stark verzerrt. Aktiviert man AMD FSR, dann zeigt sich eigentlich das gewohnte Bild und das Ergebnis, was man auch nach meinem Test der RX 7900 XT so erwartet hätte. Da kommt es natürlich sowieso stark darauf an, welches Setting man wählt und wie gut die Bildqualität im entsprechenden Setting noch ist. Deswegen ist das tatsächlich gar nicht so gut vergleichbar. Was aber schon interessant ist, in Cyberpunk 2077 konnte ich bei meinem letzten RTX 4090 Review jetzt auch mal die LSS 3 mit der Frame Generation testen und da wird der Unterschied natürlich schon extrem, denn da sind bei Nvidia dann natürlich Steigerungsraten bei der FPS möglich, bei denen man bei AMD gar nicht auch nur ansatzweise in die Nähe kommt. Also insgesamt muss man schon sagen, was intelligentes Upscaling angeht, da ist Nvidia einfach noch mal einen Schritt weiter als AMD. Dann kommen wir jetzt anschließend zum Kühler, zur Kühlleistung und schauen uns mal an, ob denn dieses eher Einstiegsmodell bei der RX 7900 XTX tatsächlich auch schon einen guten Kühler am Start hat, sodass man sich da keine Sorgen machen muss. Und tatsächlich überzeugt der Kühler in der Praxis, denn die Temperatur liegt mit 65 Grad voll im Rahmen, ziemlich genau im Mittelfeld eher sogar noch ein etwas besserer Wert als einige andere Modelle auf dem Markt. Also da kann man wirklich nicht meckern. Und die Lautstärke unter Gaming-Lust ist dabei noch wirklich sehr, sehr gering. Die liegt nämlich bei gerade mal 3,4 Dezibel über dem Amphynose-Pegel und das ist wirklich ein sehr, sehr guter Wert hier bei mir im Vergleichsfeld. Das heißt, der Kühler an sich liefert eine richtig gute Performance ab. Da braucht man sich überhaupt keine Sorgen machen, dass die Grafikkarte zu heiß wird oder dabei zu laut. Dafür wirklich einen Daumen hoch. Das Einzige, was als Wermutstropfen so übrig bleibt, ist leider, dass die Grafikkarte doch merkbar lautes Spulenfiepen hat. Das ist wirklich etwas, was so das Gesamtbild dann ein bisschen trübt. Und das ist wirklich deutlich hörbar bei mir natürlich auf der offenen Testbench sowieso. Aus einem geschlossenen Gehäuse heraus wird es ein bisschen besser sein. Wer aber sehr geräuschempfindlich ist, der sollte versuchen, sich nach einem Custom-Modell umzuschauen, welches nicht so stark von Spulenfiepen betroffen ist. Das ist wirklich etwas schade, denn der Kühler an sich von dieser Grafikkarte liefert halt wirklich ein Top-Ergebnis und das Spulenfiepen macht dann ein bisschen einen Strich durch die Rechnung. Spulenfiepen ist über den Schalldruckpegel hier nicht wirklich abbildbar. Deswegen ist die Grafikkarte hier in meinem Ranking, steht die Grafikkarte sehr, sehr gut da mit 3,4 Dezibel über dem Ambient-Noise-Pegel. Aber da geht es wirklich rein um die Lüftergeräusche und Spulenfiepen kann man damit nicht wirklich messen. Deswegen muss ich das quasi nochmal extra erwähnen. Wenn euch Spulenfiepen stark stört, dann schaut euch nach einem anderen Custom-Modell. Die Drehzahl der Lüfter lag dann unter Gaming-Last bei 1220 RPM. Das erklärt halt auch die geringe Lautstärke, also nochmal wirklich ein guter Wert, wirklich eine gute Performance des Kühlers hier auf der Grafikkarte. Und das, obwohl die Grafikkarte natürlich auch relativ viel Strom verbraucht. Die Leistungsaufnahme des Gesamtsystems unter Gaming-Last lag bei 493 Watt. Das passt so ungefähr ins Bild. Das liegt irgendwo zwischen einer RTX 4080 und zwischen der RTX 4090 und auch nochmal ungefähr 40 Watt über der EX 7900 XT. Das führt dann zu einer guten Effizienz von 3,1 Watt pro FPS. Die Grafikkarte ist nicht ganz so effizient wie eine RTX 4080 von Nvidia, aber ist immerhin effizienter als eine RTX 4090 in den Standard-Einstellungen. Also von daher kann man da insgesamt nicht meckern. Eine Effizienz von 3,1 Watt pro FPS ist ein ordentlicher Wert für die aktuellen Grafikkartengenerationen. Und das ist sogar minimal effizienter und besser als die EX 7900 XT von XFX, die ich vor einiger Zeit schon mal getestet habe. Aktiviert man Raytracing, sieht es mit der Effizienz dann nicht ganz so gut aus. Dadurch, dass wir einfach eine etwas schwächere Performance haben als bei den Nvidia-Modellen, liegt die EX 7900 XTX hier mit 6,2 Watt pro FPS etwas weiter hinten. Ist aber immer noch effizienter als die EX 7900 XT. Kommen wir nun abschließend zum Preis-Leistungs-Verhältnis. Und da steht die PowerColor EX 7900 XTX Hellhound tatsächlich gar nicht so schlecht da. Die Grafikkarte kostet derzeit 1130 Euro. Das führt zu einem Preis-Leistungs-Verhältnis von 7,15 Euro pro FPS, die man da ausgeben muss. Und das ist auf einem Niveau mit einer RTX 4070 Ti derzeit. Die liegt auch bei etwas über 7 Euro pro FPS. Und der Hauptkonkurrent, so aus meiner Sicht, nämlich die RTX 4080, die wird beim Preis-Leistungs-Verhältnis tatsächlich deutlich geschlagen, solange man jedenfalls Raytracing außen vor lässt. Eine RTX 4080 kostet ungefähr 100 Euro mehr, bietet aber eine schwächere Performance und liegt deswegen hier doch ein ganzes Stück zurück mit ungefähr 8,3 Euro pro FPS. Interessant ist aber auch der Vergleich zur EX 7900 XT, denn die ist mittlerweile deutlich günstiger zu haben. Die XFX Speedstar Merk kriegt man für ungefähr 860 Euro und das führt mittlerweile zu einem wirklich ordentlichen Preis-Leistungs-Verhältnis von 6 Euro pro FPS. Also meine Empfehlung, wenn man jetzt nicht unbedingt auf die Mehrleistung angewiesen ist, dann macht es einfach viel mehr Sinn, zu einer RX 7900 XT zu greifen. Denn man spart da teilweise ja fast 300 Euro und so viel schlechter ist die Grafikkarte ja nun auch nicht, was dann dazu führt, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis insgesamt einfach deutlich besser ist. Wenn man aber die Mehrleistung braucht, dann steht die EX 7900 XTX natürlich auch nicht schlechter, immerhin noch besser als eine 4080 und auch als eine 4090. Also eine Daseinsberechtigung hat sie schon, solange man jedenfalls Raytracing außen vor lässt, macht hier auch grundsätzlich der Kauf einer solchen Grafikkarte Sinn, solange man sich halt sicher ist, dass man auch was mit der Mehrleistung anfangen kann. Bei aktiviertem Raytracing sieht es dann natürlich nicht mehr so gut aus, aber die Grafikkarte kommt immerhin noch auf ein ähnliches Preis-Leistungs-Verhältnis wie die RTX 4080. Also tatsächlich kann man fast sagen, selbst wenn ein Raytracing wichtig ist, macht es nicht unbedingt Sinn, zu einer RTX 4080 hier zu greifen, denn das Preis-Leistungs-Verhältnis ist mit der RX 7900 XT im Endeffekt fast identisch. Selbst wenn die Raytracing-Performance nicht ganz so gut ist, die Grafikkarte ist halt einfach günstiger und dementsprechend gleicht sich das dann am Ende wieder aus. Allgemein würde ich aber trotzdem eher zur RX 7900 XT raten, weil die mit 12 Euro pro FPS in diesem Raytracing-Preis-Leistungs-Verhältnis-Rating, sag ich mal, trotzdem noch deutlich besser dasteht und keine viel schlechtere Performance bietet als die RX 7900 XTX. Was können wir jetzt als Fazit zur PowerColor RX 7900 XTX Hellhound festhalten? Die Grafikkarte hat einmal wirklich einen sehr, sehr guten Kühler, obwohl das Custom-Modell ja das Einstiegsmodell von PowerColor bei der RX 7900 XTX-Reihe ist. Performt der Kühler wirklich sehr gut, da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Einziger Kritikpunkt bei der Geräuschemission ist leider das Spulenfiepen, von dem die Grafikkarte geplagt ist. Das ist wirklich sehr schade, weil ansonsten wäre es wirklich ein richtig rundes Gesamtpaket für alle, die eine RX 7900 XTX mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis suchen. Wer eine Grafikkarte sucht, die optisch was hermacht, da ist die Grafikkarte vielleicht nicht die beste Wahl, denn die LED-Beleuchtung ist nicht steuerbar. Also die leuchtet immer in diesem hellblau, es ist keine RGB-Beleuchtung, das heißt man muss sich halt entscheiden, Beleuchtung aus oder hellblau. Das ist natürlich, wenn man auf das Design seines Builds achtet, jetzt nicht gerade vorteilhaft. Also für Leute, denen der Look ihres PCs wichtig ist, ist die Grafikkarte vielleicht auch nicht die richtige Wahl. Aber wer insgesamt ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sucht bei einer RX 7900 XTX und mit ein bisschen Spulenfiepen leben kann oder ein gut gedämmtes Gehäuse hat, für den ist es tatsächlich eine solide Wahl. Da kann man nicht meckern. Das Preis-Leistungs-Verhältnis insgesamt, wenn man jetzt nicht unbedingt die beste Grafikkarte von AMD braucht, ist aber ansonsten bei der RX 7900 XT nochmal ein Stückchen besser. Also ihr solltet euch schon sicher sein, dass ihr wirklich diese Mehrleistung braucht. Die 4 GB Grafikspeicher, die man mehr hat, sind jedenfalls kein Argument. Auch die 20 GB sind mehr als ausreichend bei der RX 7900 XT. Also das ist jedenfalls kein Argument für den Aufpreis. Hast du jetzt noch irgendwelche Anmerkungen oder Fragen hier zu dem Test der Grafikkarte? Wenn dich nochmal die Details interessieren und der aktuelle Preis, dann kannst du nochmal den Link in der Videobeschreibung anschauen. Da ist die Grafikkarte nochmal im Geizheitspreisvergleich von mir verlinkt. Und ansonsten, wie gesagt, wenn du noch Fragen oder Anmerkungen hast, schreib es gerne in die Kommentare, wenn dich deine Fragen nicht über den Link in der Beschreibung lösen lassen. Und ansonsten war es das jetzt von mir. Ich bin raus. Haut rein.